Ich bin Rudiger, der Musiker. Hallo? Ich bin Rudiger, der Musiker. Und du? Ich bin Rudiger, der Musiker. Ich bin in einer Band. Ich spiele die Gitarre. Und du? Spielst du ein Musikinstrument? Du spielst das Saxophon? Hier. Hier ist mein Trompete. Das ist keine Trompete? Das ist keine Trompete? Oh, das ist ein Saxophon. Oh, okay. Und hier ist meine Flöte. Oh, das ist meine Trompete? Oh, okay, Mann. Und Rudiger, der Musiker. Wo ist das Saxophon hier? Das ist das Saxophon. Hier. Rechts oben ist das Saxophon? Ja, das ist... Nein. Nein, was? Die Trompete ist rechts. Die Trompete ist rechts? Nein. Und die Posaune ist links? Nein. Nein. Die Trompete ist rechts oben? Rechts oben. Oh, das ist die Trompete? Ja. Sagen Sie das. Die Trompete? Die Trompete. Und das Saxophon ist hier? Ja. Und da ist die Geige und die Posaune? Nein. Nein, was? Die Geige ist links unten? Die Geige ist links unten? Ja. Und die Posaune ist rechts unten? Nein. Nein, links oben. Oh, links oben ist die Posaune? Ja. Oh, ja. Okay. Dankeschön. Vielen Dank. Rock. Rock Musik. Miss Fairly likes it. Ich bin Rudiger, der Musiker. Tschüss. Ich bin Rudiger, der Musiker. Ich bin in einer Band. Bin Rudiger, der Musiker. Ich bin in einer Band. Bin Rudiger, der Musiker. Ich bin Rudiger, der Musiker. Ich bin in einer Band. Bin Rudiger, der Musiker. Ich bin in einer Band. Bin Rudiger, der Musiker. Ich bin in einer Band. Untertitelung des ZDF, 2020